Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist kein Konzept-Video. Ziehen wir uns erstmal kein Konzept rein. Okay, let's go. Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twit schon nimmel. Auf Eindruck ziehen wir uns auch rein. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Ich brauche ein neues Intro. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twit schon nimmel. Justus, danke dir für zehn gegendete Schmutz, äh Schmutz. Dankeschön Monte. Kuss, meine ich natürlich. Bruder, ich sag mal so, so wie dich deine Mutter erzogen hat, hätte sie auch kein Haus von dir verdient. Alles gut, ich nehme das gerne. Ja, meine Mutter hat wenigstens versucht, mich irgendwie zu erziehen. Während Deine hätte gesagt, ey, mein Sohn, du hast ADHS, krieg ich die Schule ab, das wird nix. Na, ABK, dann kommt ein Bruder. Alles gut, 90.000 Euro im Monat zu verdienen. Die Mutter unterstützen zu können. Das ist viel besser, glaub mir. Okay. Nein, KuchenTV hat mich nicht dafür bezahlt. Niemals! Ey, einer schreibt unter deinem Instagram-Bild, also Knossi schreibt, bla bla, was wirst du zu werden, Alkoholiker und so. Ja. Schreibt einen anderen so unter den Kommentaren von Knossi. Ja, ja, ja. Chat, ich will mal eine Sage Sachen, Digga. Hat der Cosplay an oder hat der ein Green Screen? Das ist irgendwie auch so, dass sein Kopf so draufgesetzt ist. Ja, ne? Sein Kopf ist einfach nur so drauf, oder? Der ist so. Mr. Amar, oh no. Letztendlich, am Ende des Tages muss man einfach sagen, auch wenn ich mir damit vielleicht nicht nur Freunde mache, am Ende des Tages sollte trotzdem immer noch jeder für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Hold my beer. Ach komm, lasst sie doch uns anfangen. Ronnie baut ein Boot. Das wird safe untergehen. Ihr habt gar keine Ahnung, ne? Ihr habt so gar keine Ahnung. Ich bin euch so überlegen, ne? Euer Leben zieht an euch vorbei, während ich lache. Eine Ewigkeit später. Löcher. Komm, ein letzter Test. Bitte. Ich geb nicht auf. Das war, das war blöd. Ich bin euch so überlegen, ne? Damn, Bro. Was geht jetzt ab? Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Bester Server, oder? Auch wenn es sich vielleicht ein bisschen doof anhört, am Ende des Tages bin ich immer noch ein Mensch. Hört sich sehr doof an, ja. Oh, das ist ein Mensch, aber das ist ein Bild. Wow. Pippische Asiaten. Wow, 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 oh, scheiße. Was war das? Ach du heilige Scheiße. Ey, ihr müsst euch überlegen, ihr müsst euch überlegen, in diesen zwei Monaten, in diesen zwei Monaten, die ich jetzt weg bin, kann ich einfach nicht auf Twitch gebannt werden. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann jetzt in diesen zwei Monaten nicht auf Twitch gebannt werden. Ich kann privat jetzt die ganze Zeit alles Böse sagen und ich kann meinen Cock in der Öffentlichkeit rausholen. Ich kann einfach meinen Schwanz zeigen, aber ich werd dafür nicht auf Twitch gebannt, weil ich ja zwei Monate gar nicht streame. Das heißt, ich könnte meinen Cock quasi einfach zeigen, werde aber nicht gebannt, krieg aber dafür eine Anzeige. Krieg halt, ja, ich krieg halt eine Anzeige dafür. Aber, kein Bann auf Twitch. So nenn ich. Flip, Flapp, am Start. Lass dich doch jetzt zwei Monate bannen. Oh mein Gott, ich lass mich jetzt einfach zwei Monate bannen. Pfeifet. Oh, oh, oh. Geht's doch, oder was? Der ist ja... Ich bin so von dir da. Ja? Ey, liebes Team. Ja? Wir müssen anfangen. Okay, tschüss. Ja, Tim, mach's gut, ne? Ich komm nur nach hier. Achso. Komm bitte geh. Versteh ich nicht den Clip, obwohl ich jetzt... Was? Ja? Ey, liebes Team. Ja? Wir müssen anfangen. Okay, tschüss. Ja, Tim, mach's gut, ne? Ich komm nur nach hier. Achso. Komm bitte geh. Hab ich nicht verstanden. Und die hat gesagt, ich will unbedingt mal einen Bier-Tornado entzünden. Ich schaff das, Leute, wirklich. Geh langsam hoch, langsam. Digga. Achso. Hä? Ihr müsst doch einfach schlucken, als ob Elena Camperi nicht einfach schluckt. Hä? What the fuck? Man muss einfach nur schlucken. Man muss einfach nur schlucken. Man muss einfach nur schlucken. Einfach nur schlucken. Einfach das Maul auf und schlucken. Einfach schlucken. Just schluck it. Einfach nur schlucken. Was für Sass? Was für Sassi? Nein. Das ist wie gewann zu schäumeln. Der Kameramann bei dem Event hatte ganz viel Spaß. So. Das sieht sehr, sehr gut aus, oder? Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Moment. Ja. Da drüben. Ach Mann, Alter. Wenn wir nicht so lachen. Ladies and gentlemen. We got it. Mit den Armen. Nicht mehr hoch. Ja. Manniinnnnn. Was? Lenin. Auch nochmal mit fünf Gegifteten hier am Stissel. Es ist unfassbar. Also wirklich. Einfach nur noch perfekt. Hä? Das war keine Werbung? Was? Hä? Hä? Oh mein Gott. Mein Herz. Display. Hä? Es ist doch wohl ne Werbung. Hä? Oder war das... Hä? Aber es hat doch Werbung gemacht. Es war doch ne... Es war ne Werbung, aber es ist am Ende runtergefallen. Premium Quality. Aber es ist ne Werbung, oder? Keine Werbung steht oben. Ja, nur weil es da steht, ist es doch keine Werbung, oder? Hä? Ist das der Witz? Der Witz ist, dass es runterfällt. Scheiße. Du bist einer von diesen Helden, nicht wahr? Schon lange nicht mehr. Digga, Arma sieht jetzt schon so aus. Leute, mach ich extra für euch das. Einschlafen. Oh, du ehrenloser Hund! Deine Sch... Hunde hab ich geknckt! Digga, was tältet mich?! Was soll das sein?! Mann, wie kann man so spielen, du dummer... Sohn! Okay. Da kann ich gut schlafen bei. F*** deine... Mensch, der Hund konnte nicht schwecken! Bis dann. Ciao. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo ich die ganze Zeit war. Digga! Wer? Wer hat gefragt, Digga?! Wie geht man das? Oh, wirklich ein geiles Produkt! Okay... Musik 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 Bis zum nächsten Mal.